Wittenberge. Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Hospiz Palliativ laden am 5. September zum 5. Hospiz- und Palliativtag im AWO Seniorenpflegezentrum am Klara Zetkin Park. Durch das Programm, das um 15 Uhr beginnt, führt die Gäste Olaf Glomke, Fahrer und Krankenhausseelsorger im Kreiskrankenhaus Prignitz. Die Besucher erwartet unter anderem ein Vortrag von Kerstin Meyerholz zum Thema Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. Ein weiterer Programmpunkt ist ein Interview mit Sabine Baumbach, Dozentin für Palliativcare.